Freitagabend, 19 Uhr. Helena, keine Lust auf Feierabend? Wir haben hier auch keine Lust auf Feierabend. Doch. Ich muss auch hier auch noch. Ich muss auch hier auch noch in der Zippe macht. Ich muss hier auch noch in der Zippe machen. Vitali, Lena? Erst mal was essen. Klingt gut. Kannst du den Text in die Tür? Klar, haben wir ja gut gemacht. Und er ist ja sehr gut dabei. Oh, wir kriegen uns auch was, ne? So, haben wir's? Oder? Machen Sie? Erst mal ganz hin, das ist fertig. Und Sveli mache ich es jetzt selber. Erst mal noch. Geheil, Mann. Ich. Zack.